Hey, liebe Leute, da sind wir bei Witcher 2. Und zwar, ich hab jetzt nachgeguckt, erstens, wie man die komische Königin wegklatscht. Dafür sollte man mehrere Zeichen benutzen, sodass wir die umschmeißen und dann einfach töten. Dann hab ich geguckt nach neuem Wissen. Ich hab mir jetzt bei dem kleinen Zwerg, wo wir uns die Haare schneiden lassen können, auch alle Bücher gekauft. Habt ihr jetzt gelesen? Das kann ich euch jetzt kurz zeigen. Ist nämlich hier unter Merkmale verankert. Und dann werden wir jetzt nämlich über genau diese Kreaturen wissen. Da unten steht Fähigkeit Level 3 von 3, einfach bloß, weil ich Bücher gelesen hab. Und das ist sehr gut, denn so haben wir jetzt auch für die Endriagin 3 von 3, dass wir mehr Schaden machen. Was hab ich jetzt noch gemacht? Ich hab mir jetzt für die Nessa der Neckar Bomben gebastelt. Nämlich diese hier, die Kartetsche. Da holt man sich das Rezept einfach von Cedric und baut die selber. Man könnte sich auch von ihm abkaufen, weil man das Rezept kostet, glaube ich, 74 Ohrens und 5 Bomben kosten 500. Und so können wir uns halt unsere eigenen basteln. Und ich war zwischendurch bei dem Typen hier drin, weil ich mir von dem die Bomben erst herstellen lassen wollte. Was aber nicht geht, denn das muss man selbst via Alchemie beim Meditieren machen. Und da hab ich nämlich folgende Gesprächsoption gesehen. Woher hast du den Kopf der Trollen? Das bringt uns in unserer Troll-Quest weiter. Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt. Aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Äh, ich kauf dir diesen Kopf ab. Ich möchte dir diesen Kopf abkaufen. Im Leben nicht. Daraus wird nichts. Der gehört mir. Ich zahle gut. Sofern du nicht einen Tausch vorziehst. Hm. Dann lass uns lieber gleich würfeln. Natürlich nur, wenn du ein echter Gegner bist. Oh, fuck. Du hast mir sehr geholfen. Probleme mit dem Troll. Warte, lass uns gleich würfeln, hat er gesagt. Dann würfel ich jetzt so. Mit ein bisschen Glück gewinnig und dann hab ich den Trollkopf. Richtig? Plong, 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 plong. Äh, wir haben zwei Sechsen. Das ist sehr gut. Ähm, den, den, den. So. Gucken, er hat, mhm, zwei Dreien. Also, mit ein bisschen Glück. Gibt mir jetzt noch eine Sechs. Ach so, ich muss ja würfeln. Ich wollt grad. Puff. Ah, fuck, aber wir haben zwei Dreien. Ich hab verloren. Okay, warte, dann lade ich jetzt einfach nochmal neu. Gucken, ob das jetzt soweit kloppt. Wie ich mir das vorstelle. Ob der jetzt wirklich sagt, ey, komm, wir würfeln jetzt da und dann kriege ich einen Trollkopf. Das wär mal voll geil. Oh, weeeeee. Wow. Zwei Zweien. Er hat zwei Einsen. Glaubt ihr das scheiße? Ja, der wird... Ach nee, zwei Zweien. Entschuldigung. So. Und nochmal mitwürfeln. So, er überlegt. Wunderbar. Er kann überlegen. Und wir würfeln. Yeah. Eins, zwei, drei, vier Zweien. Gewonnen. Ich will den Trollkopf. Ja. Nice. Wir haben den Trollkopf. Leute, das ist sehr gut. Schnell speichern. Damit kommen wir weiter. Damit kommen wir weiter, weiter. Ähm... Ist jetzt die Frage, holen wir uns jetzt Dimitri? Machen wir das einfach? Ähm... Was zum Teufel hab ich da gerade für eine Trophäe an? Wow, ein Schaden. Nein, ein Schaden ist für den Arsch. Äh... Trophäen. Wir haben nämlich die. Da machen wir sechs Schaden. Also, warum sollten wir die mit eben Schaden nehmen? Das ist ja nun merkwürdig. Na gut. Ich wollte jetzt eigentlich weiter mit den anderen Sachen machen. Ding ins Kirchen. Aber dann gehen wir lieber in die Stadt und suchen nach Dimitri. Und hauen dem irgendwie aufs Maul, dass er sein... Dass er den armen Troll da gekillt hat. Ähm... Dann würde ich sagen, speichern. Meditieren. Äh... Zeit abwarten. Am Abend hat er jetzt gesagt. Richtig? Richtig. Wird schon klappen. So. Dann würde ich gerne verlassen. Und in die Schenke. Jetzt muss ich alle Leute nach Dimitri fragen. So ist die Frage, wer ist der Kumpane von Dimitri? Nö, du nicht da. Adieu. Noch jemand Bier? Mach grad nicht, du. Äh... Flotsam liegt in der Wildnis. Ein gutes Versteck. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Scoia-Tel bedrängt. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Roche. Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal. Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn. Die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänselt schon eine Armee beisammen und rückt nach Werken vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammen, Märchenhexe? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Äh... Pff. Okay, die sind alle nicht gerade gesprächig. Soltan, kennst du, kennst du... Ich brauche neue Waffen. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede. Recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern um. Vielleicht hat... Okay, du kannst mir auch nicht helfen. Ich suche doch nur einen Dude. Ach nein, du warst auch die falsche. Wow. Die mich einfach weggebroppt habe. Okay, du willst nicht mit mir reden. Nö. Den hatten wir nämlich schon. Rittersporn. Äh... Weißt du inzwischen was über die Anschläge, Nahspiel und was Neues. Nö. Obwohl, warte. Was Neues vielleicht doch. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirn hat ein Problem. Hänsel steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Catelyn wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöte. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin. Selbsternannte Generäle in einer Art freiwilligen Armee Edirns. Die Frauen greifen zu den Schwertern. Die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Echt, ey. Okay. Pff. Ja. Ich grüße. Na, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Was macht ein Roche? Achso. Ich hab ja gerade mit... Ich hab doch gerade mit Roche geredet. Äh... Du Typ. Okay. Spuck mir einfach jetzt die Sicht. Stehe ich voll drauf. Such doch nur... Einen Typen. Äh... Nö. Hier unten wird sich geprügelt. Arbeitest du für Dimitri? Nice. Wer will das wissen? Ich komm mir langsam durcheinander. Wer schickt dich? Die Metzel? Die Pisstech-Brenner? Oder Loredo? Raus mit der Sprache. Ich hörte, ihr hättet einen Troll erlebt. Das geht dich'n Dreck an. Ähm... Redo, ich fand ich heute ein zweites Blaviken. Was ist denn Blaviken? Hast du je vom Schlechter von Blaviken gehört? Hat doch jeder. Angeblich kann der mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Stimmt, das kann ich. Wenn du mir nicht sagst, wo Dimitri ist, dekoriere ich die Wände hier mit deinen Gedärmen. Immer mit der Ruhe. Rede. Dimitri hockt auf dem Friedhof hinter diesem stinkenden Nest. Siehst du, es geht doch, wenn du dich bemühtst. Vergangen. Äh, finde Dimitri auf dem Friedhof in Bindegaren. Okay. Das ist doch die Info, die wir wollten. Ich glaub' mich pumst'n Troll. Das ist doch so ein Spruch, den kann man gerne in seinen allgemeinen Wortschatz mit einbeziehen. Ja, was passiert, wenn du in den Fuß stößt? Ich glöb mich, bümpst'n Troll. So, jetzt ist aber die Frage, wo ist der verkackte Friedhof? Ich werde mal schnell speichern. Ich habe Angst, dass mir das Spiel abschmackt. Äh, Probleme mit dem Troll. So, dann wird er mir jetzt bestimmt zeigen. Guck mal, da ist ein Friedhof. Gut. Dann werden wir jetzt genau zu diesem Friedhof gehen und Dimitri aufs Maul hauen. Flup. Durch diese Tür. Oh, wow, ein Vorhof. Das ist ja schön. Ne, jetzt hab das ein Vorhof. Tappdi-du-di-du-di-du. Wir sind im Bindegaren. Einen Abend, Einen Abend. Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Hallo. Einmal hier durch. Und hier hinten ist der Friedhof. Da waren wir noch nicht. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Hi, Dude. Was geht ab? Oh, ernsthaft? Wir müssen hier so weit rumlaufen. Hm. Hoffentlich hat Geralt bequeme Schuhe an. Ah. Hier lang. Okay. Und hier hoch. Ne, hier waren wir noch nicht meiner Meinung nach. Höp. Achso. Versuche immer mit Leertaste zu springen, weil ich noch so ein Mass Effect drin bin. Speichern. Hey Leute. Was geht ab? Wer ist Marlena? Ich würde gerne nicht vorwerfen, dass sie Ansprüche stellt. Und der starre Kerl, der auf dem Boden ist, wer? Der neue Untermieter unseres Eichhörnchens. Irgendein Spitzel aus Vysima. Laredo wollte ihn loswerden. Da trifft sich's, dass noch Platz auf dem Friedhof frei ist. Sieht nicht aus wie ein Spitzel. Tun Sie nie, wenn Sie kalt sind. Los, durchsuchen wir ihn, ehe er in der Erde landet. Bist du Dimitri? Warum willst du das wissen, Arschnase? Weil ich schöne Grüße vom Troll bestellen soll. Keine Zeugen. Bringt ihn um. Wow. Ersthaft. Wie nett ihr seid. So, wartet. Wartet, wartet. Plupp. So, Erd kriegt jetzt erstmal aufs Meul. Und zwar ordentlich, ordentlich, ordentlich. Oh shit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die können uns ziemlich böse einheizen. Okay, der erste ist kaputt. Der erste ist kaputt, der erste ist kaputt. Wir springen weg. Woo. Nochmal den drücken. Bump. Ey, dicker Kerl. Ran mal hier drüber. Genau, genau. So ist schön. So ist schön. Ah, fuck. Shit. Es kann sein, dass die uns jetzt killen. Das sieht nämlich nicht gut für uns aus. Oh, 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 oh. Oh, Waves. Coca-Cola. Fuck. Den seiner verkackten. Ah. Okay, komme ich da ran? Komme ich da ran annehmen? Ja. Nein. Nicht nur. Jetzt ist der tot. Okay. Okay, okay, okay. Uh, das ist spannend, Leute. Den habe ich scheiße gesetzt. Ah. Ja, tot bin ich. Okay, Respekt an ihn. Hat er gut gemacht. Lalalalalala. Dann ziehen wir doch gleich mal unser Schwert. Dabei machen wir doch gut Schaden. Hopp. Jo, jo, das tun sie nie. Wer will das wissen, Arschenhasse? Deine Mutti ist voll dumm und bla. Und ich bin weg. Woo. So, das war gut. Das war sehr gut. Respekt an mich selber. Hopp. So, und wer auch immer hier jetzt ritten rennt, kriegt erstmal ein fettes Schwert in die Fresse. Okay, der ist weg. Au. War natürlich nicht optimal. Na los, komm, 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 komm. Drück die 6, drück die 6, drück die 6. Danke. So, ihn kann ich gerade nicht ditchen, weil er ist halt groß und böse und schwer und naja, ihr wisst schon. Genau das, was ich sagen wollte. Macht zwar keinen Sinn, aber ist nicht weiter schlimm. So, zack, 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 zack. Echt, das ist wirklich Dimitri. Ich dachte, Dimitri wäre der kleine Fette. Wäre irgendwie viel Lust der gewesen. Aua. Ach, Dimmi. Okay, der kleine kriegt aus dem Maul. Der sollte ja nicht aus dem Maul kriegen, aber der hat trotzdem aus dem Maul gekriegt. Kann man jetzt halt nicht ändern. Kommt ihr hier hoch rin? Ich bitte drum. Yeah. Okay. Sorry, ihm schett aus dem Maul, dass er auch noch fällt. So, jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir uns bloß noch um Dimitri kümmern. Machen wir das selber. Flop. Wir lassen ihn ja einfach rinrennen. Na komm. Echt, du wirst Wurfmesser. Du bist so schlecht. Na komm. Wir sind schneller. Sonst ist das Ding kaputt. Aha. Am Arsch, du Typ. Und weg ist er. Nö, natürlich nicht. Jetzt. Yeah. Wir sind Geralt. Schwert wegstecken, bitte. So, jetzt würde ich gerne looten. Ein cooler Leiter. Und der Leiter bringt mir gerade nicht viel. Euch kann ich looten? Warum kann ich den Rest von euch nicht looten? Hättet ihr das eigentlich verdient, gelootet zu werden? Schlüssel zum Banditenversteck. Okay. Wo zum verkackten Kack ist hier ein Banditenversteck? Wartet. Da muss ich jetzt mal kurz. Blum, 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 blum. Okay. Hier ist eine Pflanze. Aber es ist nicht ein Banditenversteck. Banditenversteck. Wenn ich ein Banditenversteck wäre, wo würde ich mich verstecken? Hier anscheinend auch noch nicht. Ist hier irgendwas? Hm. Hm. Flump. Okay, hier ist anscheinend kein Banditenversteck. Das ist schade. Shellkraut. Nehmen wir mit. Hier ist nix weiter. So ein Banditenversteck wäre echt hilfreich. Das ist bloß die Frage, wo steckt man Banditen? Hm. Hm. Na gut, dann sprechen wir jetzt erstmal mit dem Troll. Der ist da hinten, ja? Genau. Dem würde es sich ja auch interessieren. Was passiert? Was wir hier machen? Was? Naja, ihr wisst schon. So, dann werde ich mal das zweite Schwert ziehen. Weil hier kommen schon wieder die komischen Viecher aus der Erde. Ah, ich habe schon irgendwas gehört. Ach so, der... Oh, der macht... Hallo, schöne Dame. Ich würde ihn gerne aufs Maul hauen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Anscheinend nicht. Gut. Dann müssen wir hier wieder runter. Stecken mal das Schwert weg. Nicht, dass der Troll dann denkt, Uh, der will mich töten. N, wir sind ja auf der Seite des Trolls. Was, was ist hier gerade explodiert? Ey, Trolly McTrollsen. Was ist los? Schnaps, ihr Zwerg. Der Schnaps hat dir schon die Sicht vernebelt. Du kommst zurück? Warum? Äh, ich habe die Mörder deiner Frau gefunden. Ich habe die Mörder deiner Frau bestraft. Weib mein. Geh auf den Friedhof und sieh nach, was von ihnen übrig ist. Finde ich. Wirst du denn jetzt die Brücke ausbessern? Bessere ich. Aber deine Hände dürfen nicht mehr zittern. Kein Schnaps mehr. Gedanken ist friedlich. Nice. Ey, bro, 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 bro. Du kommst zurück? Warum? Weil, ich habe den Kopf deiner Frau. Ich habe den Kopf deiner Frau gefunden. Weib mein. Ich vergesse dir nie. Du kriegst Belohnung. Nice. Äh, Schema-Jäger-Rüstung. Sehr cool. Und, hopp. Rauf da. Hol dir bei Korab deinen Lohn ab. Korab war der Typ im Dorf, richtig? Ich glaube, ja. Wir werden es herausfinden. Denn wir wollen Loot. Warum macht das D.A. Z.A. D.A. 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 Wachtkreis benutzt. Einfach mal so. Weil wir es können. Okay. Korab. Oder. Korab. 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 Polabala. Naja. Jedenfalls der Typ da. Der wird uns gleich hoffentlich eine Menge Geld geben. Falls er doch umwacht. Einfach alle Leute anklicken. War ja das letzte Mal auch so. Mussten wir einfach alles und jeden anklicken. Du bist der Typ, wa? Oh nein. Das geht so hoch. Mal gucken. Sitzt ihr gut? 125 XP. Das ist gut. Ich finde es schön, wie der mit seiner Geschichte einfach fortfährt. Ich habe ihm gerade einfach fett in den Bauch und einfach so. Ach, wo war ich? Und er macht einfach weiter. Okay. Auftrag Neckar. Da machen wir jetzt nämlich weiter. Fährt heraus das Neckar. Unterirdisches Tunnelsystem. Genau. Soweit so gut. Die Neckar waren hier so richtig. Also gehen wir da auch wieder hin. Hey, der zählt gerade vom Prinzessin. Ada. Ada. Ada, Ada, Ada. Genau von der Dame. Wer bist denn du? Na dir erstmal. Okay. Neckarnester zerstören. Und zwar müssen wir die halt mit den Bomben kaputt machen. Jetzt ist aber die Frage. Ich habe eine. Also ein Nest von. Keine Ahnung, wie viele das waren. Viere. Ja, viere steht da. Ein Nest von vieren kaputt gemacht. Also noch nicht. Aber ein Nest von vieren, weiß ich, gut ist. Also. Verstehe ich nicht, warum jetzt Kampfmusik kommt. Ich habe nichts gemacht. Hier ist doch keiner. Okay, also ich glaube, ich weiß gerade ungefähr, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Würde ich sagen. Erstmal so ein bisschen. Na, greift den doch an. No, ich schlag auch mal in der Luft rum. Das ist bestimmt voll die super Idee. Kann man mal machen. Meine Mutti auch immer gemacht. Jetzt lässt er sich auch noch umrennen, ey. Gerald, du bist ein Spacken. So. Alles Schöne ist, wir wissen, dass wir hier gar nicht lang müssen. Richtig? Ja, ich denke schon. Looten lassen wir jetzt gerade mal. Hier könnten wir nämlich die nächsten Pinöpels aufmachen. Ja, aber wo wir jetzt genau sind, kann ich euch gerade ja nicht sagen. Jetzt hat er gerade irgendwann runtergekommen, oder? Ich habe gerade einen roten Balken gesehen. Rote Balken sind nie verdutet. Es sei denn, du hast ein Faible für rote Balken. Dann sind rote Balken bestimmt gute. Da ist Brücki. Brücki, Brücki. Dann sind wir hier lang. Tup, 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 tup. Dann stecken wir mal kurz das Schwert weg, weil hier kommen wir wieder ins Dorf zurück. Warum kommen wir hier ins Dorf zurück? Ich will nicht ins Dorf zurück. Jule, Leute, ich werde die Folge beenden und dann... Ja, doch, da könnte ich doch theoretisch noch lang. Ich werde die Folge beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Am besten vor ins der Nester. Auf Wiedersehen.